Zum Trinken auf das Moll der Leute, Gleichenfeier ist er heute. Prost! Das Glas Wein auf Ex, das hat sich Daniel Pozarek redlich verdient. Er ist der jüngste Strabag-Lehrling hier auf der Baustelle des Allianz-Stadions. Heute ist Gleichenfeier. Das mitzuerleben ist echt ein Wahnsinn. Ich bin echt stolz, dass ich da sein darf außerdem. Und als Jüngster ist es natürlich noch besser, noch schöner. Und jetzt mag es. Ja, einen kräftigen Applaus, bitteschön.